Die Vogelhochzeit nach der Musik von Rolf Zukowski führten am Dienstag die 34 Kindergartenkinder der Kita Traumland in Seefeld auf. Die farbenfrohen Kostüme hatten die Kinder selbst gebastelt. Seit Ende März liefen die Proben. Die Gäste hatten gerade im bunt geschmückten Garten Platz genommen. Da kamen auch schon die Mädchen und Jungen in ihren Vogelkostümen in den Garten. Zum Auftakt sangen die Kinder das Lied »Ein Vogel wollte Hochzeit machen«. Das Musical zeigt den Kreislauf des Lebens anhand eines kleinen Vogelpärchens. So erfohren die Gäste zum Beispiel, dass Vogelweibchen von schönem Gesang angelockt werden und bevor sie Hochzeit feiern viele Fragen stellen. Sie sahen, wie die jungen Vogelpaare ein Nest bauten und schließlich ein Ei ausbrüteten, aus denen hungrige kleine Vögel schlüpften. Die tolle Leistung der Kinder belohnten die Eltern und Gäste mit viel Applaus. Sogar eine Zugabe forderten die Zuschauer und so stimmten die Erzieherinnen mit den Mädchen und Jungen spontan noch einmal das Lied »Ein Vogel wollte Hochzeit machen« an. Sogar eine Auslösung ges стал und du darauf an. Geräusche Sogar eine Auslösung geskam ist ca. Sogar eine Auslösung gesiellt werden, wenn es Schidée gibt, wenn es das Viktoria Jascha nicht gesisiert sieht, schätzt und zehnmal Theater sogar nicht nun ohne hier Complete. Vielen Dank.